Fashion Week ist extrem viel Inspiration, neue Ideen, neue Trends, tolle Outfits, tolle Streetstyles. Wenn ich ein gutes Outfit trage, fühle ich mich viel selbstbewusster. Deswegen überlegen Frauen sich oft auch dreimal morgens, was sie an dem Tag tragen wollen. Über mir hing immer dieses Manifesto of Life, of Happiness. Und da stand Travel Often, Getting lost will help you find yourself. Reisen ist für mich Leben. Für mich ist Style, dass man sich so anzieht, wie man sich wohlfühlt und dass es dem Typ gut entspricht. Deswegen ist für mich Stil, sich selber kennen und sich selber treu bleiben. Ich arbeite am Block mit meinem Freund zusammen. Ich merke dann aber manchmal, dass mein Freund gar nicht versteht, was für eine große Rolle das Thema Beauty spielt. Also für eine Frau ist es extrem wichtig, sich in der eigenen Haut gut zu fühlen, das Gefühl zu haben, man hat viel aus seinem Typen gemacht. Ein Kleidungsstück wird eigentlich erst dann so richtig schön, wenn man selbst interpretiert, dass man sich jeden Tag neu erfinden kann und auch mit einem Kleidungsstück ganz verschiedene Geschichten erzählen kann. Ich glaube in Sachen Mode absolut an Liebe auf den ersten Blick. Wenn ich eine Show sehe und alles geht schnell, habe ich hinterher meistens ein oder zwei Teile, wo ich nach Tagen noch weiß, das waren meine absoluten Lieblingsstücke. Ich finde Gespräche mit Designern unheimlich spannend. Nach der Show habe ich manchmal das Gefühl, ich überfalle sie ein bisschen, weil die wahrscheinlich unheimlich auf Adrenalin sind. Life is about the people you meet and the things you create for them. So go out and start creating. Musik 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 BAR Musik Untertitelung des ZDF, 2020